Prinzessin Leonor, sie trägt die von Königin Laetitia. Prinzessin Leonor, 17, von Spanien ist auch während ihrer Weihnachtsferien fleißig. Für den guten Zweck besucht die spanische Thronfolgerin den Hauptsitz des Spanischen Roten Kreuzes in Madrid, und zwar ganz allein. Da ein Solo-Auftritt natürlich auch aufregend sein kann, geht die Tochter von Königin Laetitia. 50, bei ihrer Outfit-Wahl auf Nummer sicherer und bedient sich unter anderem am Kleiderschrank ihrer Mutter. Die junge Prinzessin erwärmt die Herzen in einem roten Rollkragenpullover, welchen sie zu einer schlichten schwarzen Hose kombiniert. Darüber trägt sie einen karierten Bläser von Carolina Herrera, den man zuvor bereits an Königin Laetitia bewundern konnte. Das Ergebnis? Ein bodenständiger und stilsicherer Auftritt, ganz wie man ihn von Leonors Mama, der spanischen Königin, kennt. Catherine, Prinzessor Fales, ist bekannt für ihre eleganten Looks. Doch was trägt die Ehefrau von Prinz William? 40, eigentlich ganz privat an Weihnachten? Einen Hinweis darauf könnte die dreifache Mutter jetzt auf Instagram gegeben haben. In der Story ihres offiziellen Accounts teilt Kate ein kurzes Video, das sie hinter den Kulissen der Vorbereitungen für das königliche Weihnachtskonzert, das am 15. Dezember aufgezeichnet wird. Darin schmückt sie einen Weihnachtsbaum und zeigt sich in der perfekten Weihnachtsumgebung. Passend zum festlichen Flair des Clips trägt Kate einen cremefarbenen Winterpullover mit Rollkragen von Holland Cooper. Das kuschelige Oberteil kombiniert sie mit einer schwarzen Stoffhose von Roland Murrit. Ihr Haar trägt die 40-Jährige in gewohnt glänzenden Wellen, die ihr locker über ihren Rücken fallen. Glitzerndes Highlight sind goldene Ohrringe mit einem Herzchenanhänger aus kleinen Diamanten. Die im Licht der Lichterketten auf dem Weihnachtsbaum strahlen. In einem weiteren Trailer zur Harry und Mekan Dokumentation auf Netflix teilen Prinz Harry. 38, und die Herzogin Mekan, 41, ein privates Familienfoto mit ihren beiden Kindern. Das schwarz-weiße Familienfoto zeigt das Paar gemeinsam mit Sohn Archie Harrison. 3, und der 1-jährigen Tochter Lily be Diana mit Rücken zur Kamera. Besonders hinreißend, Lily sitzt auf den Schultern von Prinz Harry. Während Mekan Archie in ihren Armen hält. Die Familienaufnahme wirkt elegant, aber dennoch locker und leicht. Das liegt zuletzt auch an den ausgewählten Looks. Während Herzogin Mekan ein zartes Kleid mit floralem Faltenrock trägt und dazu barfuß durch das Gras schreitet. Trägt Prinz Harry eine leger Jeans mit klassischem Hemd. Tochter Lily be Diana entzückt in einem kindgerechten Ensemble aus floralem Kleid und Strick. Während ihr großer Bruder einen Anzug trägt, unter welchem seine süßen Ringelsocken aufblitzen. Es wird klar, sie schlagen den perfekten Bogen von völlig entspannt und familiär zu dennoch förmlicher Etikette. Die spannendsten Royal Outfits der letzten Woche finden Sie hier.